Unser Podcast wird unterstützt von Relay, der App zum einfachen Bitcoin-Kauf und Bitbox, denen wir das Hardware-Wallet Bitbox02 zu verdanken haben. Alle weiteren Informationen zu diesen beiden und die Rabattcodes findet ihr in der Videobeschreibung. Hallo Jonas. Hallo Manuel. Nachdem wir letzte Woche über Coinbase gesprochen haben und ja im Gespräch der Begriff Economic Freedom gefallen ist, möchten wir diese Woche mal wieder ein Thema beleuchten, das explizit in diese Richtung geht. Es soll nämlich um den CFA-Front gehen und die Folge ist letztlich orientiert an einem Kapitel aus dem Buch Das Trojanische Pferd der Freiheit und da dann Kapitel 6 mit dem Titel Monetärer Kolonialismus mit Open Source Code bekämpfen. Aber wir haben das Kapitel nur als Aufhänger benutzt und möchten euch da eben etwas daran teilhaben lassen. Was ist eigentlich dieser CFA-Front? Welche Konsequenzen hat der CFA-Front? Und in welchem Kontext ist er denn entstanden? Genau, darum soll es in dieser Folge gehen. Und wie jede Folge zu Beginn, Jonas, die Bitte an dich. Was hat es denn damit auf sich? Was ist dieser ominöse CFA-Front? Ja, das ist ganz spannend, weil diesen CFA-Front haben glaube ich die meisten oder viele vielleicht erst im Zusammenhang mit Bitcoin wieder entdeckt. Man kennt vielleicht auch den Petrodollar, das ist auch so ein Thema, aber den CFA-Front hat man eben auch durch diesen Artikel von Alex Kletzdin ein bisschen mehr wahrgenommen. Jetzt aber die Frage, was ist dieser CFA-Front? Also bei Front wissen wir ungefähr schon mal, es geht um Frankreich. Denn Frankreich hat eben vor dem Euro den Front als Währung gehabt und wir müssen aber nicht nur nach Frankreich schauen, sondern wir müssen auch nach Afrika schauen. Und jetzt wird es nämlich ganz interessant, weil es geht nachher auch um die Kolonien. Und deswegen möchte ich mal zurückspringen. Wir wissen, glaube ich, aus dem Geschichtsunterricht noch, Frankreich war, ich sage mal, sehr fleißig bei den Kolonien in der Welt. Sie waren ja auch in den USA, Kanada, die Ecke. Sie waren sehr stark in Frankreich, äh, nicht schon in Frankreich, sondern natürlich in Afrika vertreten. Und wir werfen heute den Blick auf Afrika und wir springen einfach mal ins Jahr zurück. Und 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, Frankreich liegt natürlich mit der Wirtschaft sehr am Boden. Sie haben ihre Goldreserven erschöpft durch den Krieg natürlich auch. Sie können dadurch relativ schwer ihre Importe zahlen. Und der Front, den sie damals noch hatten, ist sehr, sehr schwach und leidet natürlich auch unter starken Kursschwankungen. Wir kennen das ja auch schon bei uns im Podcast, dass eben Währungen auch sehr, sehr schwach sein können. Und das ergibt natürlich einige Nachteile auch für die Bürger und für den ganzen Staat. Und da kommen wir, glaube ich, heute auch darauf zu sprechen, wie wichtig es denn eigentlich so eine Währung für einen Staat und auch eine Wirtschaft ist. Und wir kommen natürlich, ich glaube, das hast du gerade auch angesprochen, natürlich auf Bitcoin zu sprechen dann, ob das eine Lösung sein könnte. Und wie gesagt, der Front war außerdem natürlich nicht nur in Frankreich die Währung, sondern auch in den französischen Kolonien. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Teil in Afrika. Da kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Und die französische Übergangsregierung entscheidet dann, den Front abzuwerten gegenüber dem Dollar und dem britischen Pfund. Und wir wissen ja, wenn man eine Währung abwertet, dann hat man natürlich die Möglichkeit, dass eben die Dinge billiger hergestellt werden. Das heißt, die Exporte könnten billiger sein. Das heißt, das Ausland kann billiger bei dir einkaufen. Kann ein Vorteil sein, kann aber auch ein Nachteil sein, je nachdem, wie man es nimmt. Aber nun entscheidet sich diese französische Übergangsregierung, dass man zwei unterschiedliche Abwertungsraten macht. Einmal für den Front selbst in Frankreich und man entscheidet, man macht eine neue Währungseinheit für die Kolonien in Afrika. Und weil die damals zu diesem Zeitpunkt noch weniger unter Inflation litten als Frankreich selbst. Und deshalb führt Frankreich den sogenannten CFA und das bedeutet eben den Front de Colonie Francais d'Afrique. Ich hoffe, ich habe es soweit halbwegs richtig ausgesprochen aus dem französischen Unterricht. Das war der Punkt, war damals die Definition. Also es ging wirklich um die französischen Kolonien. Das hat sich ein bisschen geändert dann. Und dieser CFA wurde an den Front direkt gekoppelt. Also der Wechselkurs wurde direkt an den Front angepasst. Ich glaube, wir kommen nachher darauf zu sprechen, wie genau diese Wechselkurse aussahen. Aber wir können schon mal merken, dass dieser CFA genau an den französischen Front gekoppelt wurde. Also der Wechselkurs war immer genau gleich. Und dann ist jetzt der Vorteil oder die Frage, was bedeutet das dann überhaupt für die Menschen vor Ort? Und der Handel nämlich zwischen Frankreich und den Kolonien selber wurde während des Krieges fast komplett eingestellt. Und da jetzt aber der CFA gegenüber anderen Währungen relativ hoch bewertet war, gerade in Afrika, konnte Frankreich eben Produkte aus den Kolonien beziehen, weil sie relativ ja den gleichen starken Währungen hatten. Und da die Exporte ja für andere Länder aus diesen Kolonien sehr teuer waren, weil der CFA sehr stark war, hat halt eben Frankreich es geschafft, dass sie eben einige ihrer Importe aus diesen Kolonien herziehen konnte und konnten da einfach Marktanteile wieder herholen und konnten da eben ihre Wirtschaft dadurch stärken, weil sie eben aus den Kolonien bestimmte Rohstoffe wieder anziehen konnten. Und das war natürlich ein großer Vorteil für Frankreich, um sie selbst wieder aufzubauen. Wir springen dann direkt ins Jahr 1960, denn da erlangen die meisten Kolonien in Afrika dann ihre Unabhängigkeit von Frankreich. Und jetzt könnte man ja sagen, ja cool, die haben ja dann ab sofort keine Abhängigkeit mehr von Frankreich. Sie können machen, was sie wollen. Aber Frankreich sagt, das dürft ihr gerne machen, aber wir wollen eine Gegenleistung dafür. Denn die Staaten, die vor Ort sind oder die Staaten, die noch kolonisiert sind von Frankreich, haben meistens noch eine französisch ausgebildete Regierung. Das heißt Personen drin, die eine Ausbildung in Frankreich unterlaufen haben. Und dadurch fordert dann eben Frankreich eine Art Kooperationsabkommen mit diesen Staaten. Und die sollen das auch unterzeichnen. Und dadurch kann man schon mal wissen, okay, Frankreich behält immer noch eine Art Kontrolle über die ehemaligen Gebiete. Also großartig von Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit können wir gar nicht mehr sprechen. Und das unter anderem betrifft dann die Außenpolitik dieser Staaten, den Handel untereinander, die Gewinnung von Rohstoffen und anderen wichtigen Produkten. Und sie verlangen vor allem, und das ist ganz wichtig, die Beibehaltung des CFA-Fro. Das heißt, die Staaten dürfen zwar unabhängig sein auf einem Blatt Papier, aber der CFA-Fro bleibt immer noch vorhanden. Und das heißt auch im Umkehrschluss, Frankreich behält wirklich als einzige Kolonialmacht der Welt nach diesem ganzen Kriegen immer noch die Kontrolle über die Währung in diesen ehemaligen Kolonien. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns jetzt merken müssen, weil das ist immer noch der Bestandteil. Und wir sprechen darüber, das Ganze vor knapp 70, über 70 Jahren ist schon der Fall war. Und Frankreich hat sich eben durch dieses, in Anführungszeichen, Kooperationsabkommen, dadurch, dass sie dann die Unabhängigkeit bekommen haben, gesichert, dass sie immer noch eine Kontrolle über die Staaten haben. Also das wäre jetzt für mich jetzt mal so ein kleiner Abriss der kurzen Geschichte über diesen CFA-Fro. Ja, war ein sehr schöner Rundumschlag. Mir ging es so, wie du es gerade hast anklingen lassen. Das Ganze liegt schon einige Zeit zurück. Und ich habe mir in Vorbereitung auf die Folge gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein. Das kann eigentlich nicht sein, dass es immer noch so ist. Und ich habe irgendwo ein Zitat im Kopf, das hieß, sinngemäß, Frankreich hat einen Weg gefunden, den Kuchen zu behalten und ihn trotzdem aufzuessen. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Noch ergänzend, also wir haben jetzt beide von CFA-Fro gesprochen. Wenn man es genau nimmt, sind es zwei unterschiedliche Bereiche in Afrika. Die sind aber im Endeffekt gleichermaßen an den ursprünglichen Fro, mittlerweile Euro gebunden, sodass wir diese Differenzierung im weiteren Verlauf der Folge eben vernachlässigen werden. Aber im Endeffekt gibt es einmal einen CFA-Fro, ich nenne es mal der zentralafrikanischen Staaten. Das sind sechs Länder. Und dann gibt es noch einen CFA-Fro der westafrikanischen Staaten. Das sind weitere acht Länder. Können wir einen entsprechenden Artikel zu verlinken, dass wir die jetzt nicht alle aufzählen müssen. Aber es ist auf jeden Fall interessant und gut zu wissen, weil das mit eine Idee war, dass man diese beiden Handelszonen eben trennt und den Ländern innerhalb dieser Handelszonen ermöglicht, untereinander Handel zu treiben, aber nicht miteinander. Also diese beiden Währungen waren zwar in gleichem Ausmaß an den Front gekoppelt, aber es war nicht möglich, jetzt aus dem westafrikanischen Teil mit dem zentralafrikanischen Frontpondant dann eben Handel zu treiben. Was noch ganz interessant ist, finde ich, hast du auch gesagt, es ist ein relativ enges Verhältnis zwischen den Politikern in den afrikanischen Ländern und Frankreich. Das geht teilweise wohl so weit, dass ein ehemaliger französischer Minister dann eben in dem entsprechenden afrikanischen Land dann eine Führungsposition hatte. Also da wird schon Einfluss genommen und genau, das Ganze wurde eben im Zeitgeist nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen, beziehungsweise dann auch im Sinne des Bretton Woods Abkommens oder im Zuge des Bretton Woods Abkommens reformiert. Genau, ich würde noch vielleicht das Einzige, was ich noch hinzufügen würde, also du hast gesagt, wir können festhalten, es sind 14 Staaten derzeit, also acht auf der einen Seite, sechs auf der anderen Seite und weil wir gerade eben gesagt hatten, der CFA, weil ich genannt hatte ja, dass es für diese Kolonien noch steht, natürlich waren sie irgendwann, ich sage jetzt mal so clever und haben die Abkürzung geändert. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr die Kolonien Frankreichs, sondern sie nennen es jetzt Communité, also so ein bisschen wie die Gebiete der französisch-afrikanischen Währungseinheit so ein bisschen. Das heißt, sie waren dieses Koloniewort, das C in der CFA steht nicht mehr für Kolonie, also da waren sie schon so clever, dass sie das rausgenommen haben, was natürlich ein guter Schachzug ist, um so ein bisschen natürlich die Außenwirkung, sage ich jetzt mal, ein bisschen runterzufahren, weil ja, Kolonien-Thema ist ja trotzdem sowas, was man eigentlich gesagt hat, dass man es hinter sich gelassen hat. Genau, wir haben einmal Cooperation Financier en Afrique Central, so mehr oder weniger französisch war auch nicht mein Glanzfach, und einmal Front de la Communité Financier d'Afrique und das ist eben der westafrikanische Teil. Also wir haben jetzt gesehen, das sind jetzt die zwei Varianten, also so ist es aufgebaut, wir können ja gleich drauf kommen, wie das Ganze jetzt noch aufgebaut ist und welche Auswirkungen das vor allem auch hat und vor allem mit dem Wechselkurs. Ich würde vielleicht noch ganz kurz reinspringen, weil wir bei der Geschichte schon mal waren, dass ich nochmal anfüge, man könnte ja auch sagen, naja, die Staaten könnten ja auch sagen, sie gehen jetzt einfach raus aus diesem Thema, das ist ja nicht schlimm, sie könnten ja auch wirklich sagen, okay, wir haben dieses Kooperationsabkommen, aber wir könnten ja auch sagen, nee, liebes Frankreich, wir machen das nicht mehr mit, wir wollen unsere eigene Währung haben. Und das ist, finde ich, auch sehr spannend und das klingt so ein bisschen, ich nenne es fast mal Aluhut mäßig, dass man immer denkt, das sind so Verschwörungen, aber es gibt mehrere Punkte in dieser ganzen Geschichte bis heute, bei denen wirklich Staaten versucht haben, dieses Abkommen oder besser gesagt von diesem Abkommen sich zu befreien. Beispielsweise war Guinea 1958, wollte eine eigene Währung einführen und dann gab es sogar, und da gibt es Belege dafür, dass Frankreich dann gesagt hat, halt, stopp, wir führen jetzt hier eine Operation zur Destabilisierung der Wirtschaft ein. Das heißt, sie wollten den anderen Staaten zeigen, guckt mal, schaut mal her, wenn ihr dieses Kooperationsabkommen auflösen möchtet und weg von unserem CFA wollt, dann werden wir euch mal zeigen, was passiert. Und die haben zum Beispiel dann Guinea-Front-Noten hergestellt in diesem Fall und haben damit das Land geflutet. Das heißt, sie haben versucht, dann Inflation zu generieren und eben auch einen Vertrauensverlust in die Währung, um eben dann zu zeigen, Guinea, wenn ihr das macht, dann zeigen wir euch mal, wer hier der Chef im Ring ist und vor allem auch gegenüber den anderen, damit man so ein bisschen absichert schon mal oder so eine Art Präsidentsfall stempelt für die anderen Staaten. Nicht, dass die irgendwann auf die Idee kommen, wir könnten das auch so machen. Und das Gleiche war zum Beispiel auch in Mali 1962. Da ging es dann darum, dass andere Staaten gedrängt wurden, dass sie eben Handelssperren gegenüber Mali einführen sollten. Oder eben 1967 wollte eben der Präsident von Togo das auch einführen. Und er wurde dann aber ermordet kurz vorher durch eine Gruppe, die eben mit Frankreich sehr nahe stand. Also das ist so ein bisschen die Frage ist, ob das wirklich dann alles richtig ist. Aber es sind einige Punkte dabei, die zeigen, dass Frankreich in dieser Zeit nach den 1960er Jahren immer noch versucht hat, dauerhaft die Kontrolle über diese CFA-Währung in diesen afrikanischen Staaten beizubehalten, um eben diese völlige Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten nicht zu ermöglichen. Und das finde ich schon, allein diese Tatsache, das mal zu merken, welche Kontrolle dann ein Land immer noch über andere Staaten in einem anderen Kontinent vor allem ausüben möchte, das fand ich in diesem Zusammenhang diese Recherche echt wahnsinnig interessant und immer noch ein bisschen bedenkenswert, würde ich fast schon sagen. Ja, gerade bei den Beispielen mit Guinea und Mali war ich mir auch unsicher, ob das irgendwie so eine Art Urban Myth ist. Also irgendwas, was sich einfach hält, aber nicht belegen lässt. Aber es scheint Belege zu geben und selbst auf der Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung wird das so aufgeführt, dass das so geschehen ist. Und ja, also es ist wirklich einfach der Wahnsinn, wenn man sich vergegenwärtigt, dass da wirklich ein Land von außen derart Einfluss nehmen kann auf ein Land, das doch einige Kilometer weit entfernt ist. Und zu dieser Einflussnahme, du hast ja eingangs gesagt, die verschiedenen Währungsabwertungen, die erfolgt sind. Also dieser CFA-Front, wie gesagt, streng genommen sind es zwei, aber wir belassen es jetzt im weiteren Verlauf der Folge bei einem, war ursprünglich ein Franc 70. Also ein CFA-Front war stärker als der heimische französische Franc. Das hat aber nicht gereicht. Man hat es dann nochmals abgewertet, den französischen Franc gegenüber dem CFA-Front, sodass ein CFA-Front zwei französischen Franc entsprochen hat. Und naja, ein starker CFA-Front macht halt die Produkte aus Frankreich günstiger, verringert aber auf der anderen Seite natürlich den internationalen Wettbewerb, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der CFA-Länder gegenüber jetzt anderen Staaten, die eine ähnlich starke Wirtschaftsleistung haben, die auch in der Region im Endeffekt ja geografisch verortet sind. Und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass die CFA-Länder eben Mangelsalternativen primär an Frankreich exportiert haben. Und für Frankreich war das natürlich ganz angenehm, weil die Rohstoffversorgung war eben unter anderem gesichert. Aber Frankreich ging es trotz der erneuten Abwertung immer noch nicht gut genug. Die Wirtschaft kam immer noch nicht so richtig in Gang. Und deshalb hat Frankreich gesagt, wir machen es das, was alle Länder machen, wenn es schlecht läuft mit den Fiat-Währungen. Wir streichen einfach ein paar Nullen. Im Falle von Frankreich wurden zwei Nullen gestrichen. Das heißt, aus einem alten französischen Franc wurde dann 0,01 neue französische Franc. Dadurch, dass das eben zwei Nullen war, war das ganz angenehm, weil man konnte dann die alte übergeordnete Währung nehmen. Und die war gleichbedeutend mit der neuen Untereinheit. Also man konnte dann die alten auch noch verwenden. Und das Interessante war jetzt, bei dieser Abwertung um zwei Nullen zog der CFA-Front nicht mit. Das heißt, wie gesagt, davor war es ein CFA-Front gleich zwei französische Francs. Und durch diese neue Abwertung war es jetzt so, dass wir einen CFA-Front haben, der jetzt aber nur noch 0,02 neuen französischen Franc entsprochen hat. Also wurde eben nicht entsprechend angepasst. Das heißt, man hat fortan für 50 CFA-Front einen neuen französischen Franc bekommen. Und obwohl sich das jetzt dramatisch anhört, wir haben ja gesagt, das ist wichtig, wie die Währung im Vergleich zu anderen Währungen ist, im Vergleich zu anderen Ländern in geografischer Nähe, unter anderem für möglichen Export. Obwohl diese Abwertung erfolgt ist, war dieser CFA-Front immer noch verhältnismäßig stark, sodass er nochmal abgewertet wurde. Und diese weitere Abwertung hat dann dazu geführt, dass eben seit dem Jahr 1994 100 CFA-Front nur noch einem französischen Franc in der neuen Version entsprochen hat. Das heißt, für einen CFA-Front hat man jetzt sogar nur noch 0,01 neue französische Franc bekommen. Und seit der Euro-Einführung hat sich das eben nochmal etwas verschoben. Mittlerweile sind wir bei 1 Euro gleich 655 CFA-Front und ein paar zerquetschte. Auf jeden Fall insgesamt laut diesem Artikel, den wir eben angesprochen haben von Alex Kletzdin, ist das eine Gesamtabwertung im Laufe der Zeit um 99,5 Prozent. Und wenn du jetzt ein Einwohner eines CFA-Staates bist und eben in deiner Landeswährung sparst, ja, also bei einer Inflation von 2 Prozent ist das was ganz anderes, als wenn die Kaufkraft eben im Laufe der Zeit um 99,5 Prozent abwertet. Das ist schon, das ist einfach komplett irre. Ja, vor allem in dem Artikel war ja auch dieses Beispiel direkt am Anfang, da du gerade gemeint hast, 1994 wurde das Ganze ja wieder halbiert. Und da war ja dieses Beispiel, dass jemand, ich weiß gar nicht aus welchem Land das genau war, dass eben auf einen Schlag, von einem auf den nächsten Tag ja dein Guthaben, dein Vermögen, das angespart war in diesem Land, halbiert wurde. Und es ging ja darauf vor allem darum, dass es ersparte geplant war, damit zum Beispiel studieren zu gehen in den USA. Und dann war das eben das Problem, ja, das ist jetzt halt auf einen Schlag, ohne dass ich etwas getan habe dafür, sondern es wurde einfach nur von Frankreich vor allem entschieden, wie du gerade gesagt hast, es sind tausende Kilometer entfernt, wurde entschieden, dass wir das Ganze wieder abwerten. Und dadurch wurde eben dein Vermögen auf dem Konto plötzlich halbiert und du kannst ja auch nichts ändern, weil du kannst das ja nicht mal wieder zurückholen. Und dadurch wurde halt eben direkt eingegriffen in deine Lebensplanung. Lebensplanung. Und das fand ich halt so verrückt, dass du, du kannst selbst nichts dafür, nur weil deine eigene staatliche Währung, die du vorbegeschrieben bekommst in deinem Staat, so stark abwertet, hast du wiederum einen Einfluss auf dein gesamtes Leben, für deine ganze Lebensplanung. Und das fand ich so verrückt in diesem Fall. Und wie du gerade gesagt hast, das ist eben über diese Zeit, und das ist ja gar nicht so eine lange Zeit, wenn du es mal als 1960 als Startpunkt nimmst, als das Ganze eingeführt wurde mit dem neuen CFA, das sind nicht mal, ja, das sind jetzt 60 Jahre, das ist jetzt ein Leben, nicht mal eine ganze Lebensspanne, dass du da halt fast über 99 Prozent, also fast den Großteil deines Vermögensersparten verlierst. Das wird, glaube ich, jeder feststellen, dass das ein großer Einstieg für dein Leben ist und für die Gesellschaft und für alle Personen ja auch. Und das finde ich wiederum, da sieht man mal, welche Konsequenzen so eine Währung und vor allem auch die, wie man das Ganze kontrolliert oder wie man das Ganze gestaltet, haben kann auf alle Menschen vor Ort dann. Und das fand ich wiederum auch so verrückt. Ich glaube, wir werden heute mehrmals sagen, dass die Geschichte einfach nur, ja, teilweise sprachlos macht, glaube ich. Ja, macht definitiv sprachlos. Du hast vorhin auch den Begriff Unabhängigkeit verwendet, beziehungsweise die Begriffe Handelsabkommen. Und auch hier, wenn man sich, da gibt es einen Ausschnitt von einem Brief von dem damaligen französischen Finanzminister an seinen Amtskollegen aus Gabun. Und da hat er geschrieben, wir geben euch die Unabhängigkeit unter der Bedingung, dass sich der Staat nach seiner Unabhängigkeit an die vereinbarten Handelsverträge hält. Das eine geht nicht ohne das andere. Das heißt, es wurde gar kein Hehl daraus gemacht, dass das eben eine Bedingung ist oder eine Verknüpfung ist. Normalerweise kennt man das ja, dass Politiker gern etwas verblümt formulieren oder dass man mehrere Interpretationen zulassen könnte. Aber in dem Fall war das nicht so. Das war relativ direkt und klar im Endeffekt, wohin die Reise geht. Und was du gerade angesprochen hast, finde ich auch extrem interessant, nämlich dass halt wirklich Frankreich entscheidet. Und unter anderem die Entscheidung, dass der CFA-Front nochmal von einem Verhältnis 50 zu 1 auf ein Verhältnis 100 zu 1 abgewertet wurde. Ob lag vollständig der Entscheidung oder der Macht der Banque de France. Und die CFA-Staaten, denen wurde das halt vor einen Latz geknallt. Dem wurde das einfach nur mitgeteilt. Und die hatten da letztlich keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Bei anderen Entscheidungen ist es so, dass sie mitbestimmen können. Und es gibt da Verwaltungsräte in den Zentralbanken der CFA-Staaten. Aber in diesen Verwaltungsräten war es ganz lang so, dass Frankreich im Endeffekt ein Vetorecht besessen hat. Es ist immer noch so. Nicht überall kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Da gab es nämlich 2019 eine mittelgroße, kleine Reform. Es sind auch immer wieder Reformvorschläge letztlich in der Diskussion. Aber viel geändert hat sich am Grundkonzept im Endeffekt nicht. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt zwar diese Zentralbanken in den CFA-Regionen, aber Frankreich kann eben nach wie vor maßgeblich Einfluss nehmen. Ja, wenn wir schon bei den Zitaten sind, fand ich auch ein ganz interessantes. Das ging darum, dass sie gesagt haben, früher hat Frankreich die Kolonien mit Panzern kontrolliert. Heutzutage machen sie über die Banken. Und das ist schon eine Aussage, da muss man sich drüber nachdenken, was da wirklich dahinter steckt. Und ich würde mal sagen, du hast jetzt gerade die Grundsätze genannt. Vielleicht fasse ich nochmal zusammen, was genau da dabei war, damit man nachher darauf zugehen kann, was die Vor- und Nachteile sind für die einzelnen Staaten. Also Grundsatz 1 ist auf jeden Fall dieser fester Wechselkurs. Den hast du jetzt sehr genannt. Der hat sich natürlich immer wieder verändert. Und ab 1999 können wir ja sagen, da ging ja der französische Front auch in den Euro über. Das heißt, wie du genannt hattest, gibt es da eben jetzt auch einen anderen Wechselkurs, aber halt eben vom Euro zum CFA. Dann gibt es auf jeden Fall einen freien Geld- und Kapitaltransfer zwischen diesen CFA-Ländern und Frankreich. Das ist natürlich für die Unternehmen relativ entspannt. Da kommen wir auch noch später dazu. Dann ist noch ein wichtiger Punkt, und den finde ich auch interessant, auch da können wir nachher aufbauen, dass die Zentralbank Frankreichs eben das Versprechen abgibt, dass man diesen CFA immer gegen den Euro umtauschen kann. Aber nur eben über diese Zentralbank. Das ist natürlich auch ein Punkt, da kann man nachher draufschauen, wie interessant das eben ist. Aber hier auch das Schöne ist, diese Fregel haben sie zwar aufgestellt, aber die haben die Regeln so aufgestellt, dass sie diese Garantie wahrscheinlich niemals erfüllen müssen. Also sie waren dann schon clever und haben das da zwar hingeschrieben, aber sie haben wieder kleine Umwege gefunden, um zu sagen, wahrscheinlich am Ende, wenn es wirklich eng werden sollte im Notfall, dass sie es nicht machen müssen. Und du hattest gerade schon angesprochen, glaube ich, dass die CFA-Staaten müssen einen Teil ihrer Währungsreserven auf einem Sonderkonto des französischen Finanzministeriums aufbewahren. Das waren mal, glaube ich, 50 Prozent. Das hat sich ein bisschen geändert dann nochmal. Und sie müssen vor allem auch nochmal 20 Prozent, es gibt da unterschiedliche Zahlen, ich weiß nicht, was ich du gefunden hast, aber es waren nochmal 20 Prozent als Währungsreserven zur Absicherung von diesen finanziellen Unwägbarkeiten. Was auch immer das wiederum bedeutet. Das heißt, man sieht, es ist ein großer Teil der Reserven dieser Staaten, haben sie gar nicht selbst bei sich liegen, sondern ist auch wieder bei Frankreich. Und wir wissen wiederum, bei Bitcoin sehen wir es ja auch wieder, das Wichtigste ist ja, dass du deine Reserven, dein Guthaben bei dir liegen hast. Weil wenn es nicht bei dir liegt, sondern woanders, dann vertraust du wiederum anderen Personen, anderen Einrichtungen. Und wenn es dann wirklich zu einem Notfall kommen sollte, dann weiß ich nicht, ob ich darauf zugreifen kann. Und das haben wir in diesem Punkt ja an einem ganz, ganz großen Stil. Und das ist natürlich auch hier, kommt das Wort Unabhängigkeit wieder mit rein. Du bist halt immer noch als afrikanischer Staat, der diesen CFA hat, wahnsinnig abhängig von diesem System in Frankreich. Aber wie du gerade angesprochen hast, 2019 gab es da eine kleine Reform. Da haben sie, glaube ich, die Reserven weggenommen. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so viel da oder es ist gar nicht mehr nötig. Aber man sieht trotzdem, diese Tatsache, dass man versucht hat, so lange Zeit oder nicht versucht hat, dass man das eingeführt hat, durchgeprügelt hat, dass diese Staaten bei Frankreich, die ja überhaupt nichts mehr mit diesen Staaten zu tun haben, die Reserven lagern müssen vor allem. Jetzt auch wieder hier, auch das macht mich sprachlos. Ich glaube, das ist das viertel Mal jetzt schon. Ja, ich habe leicht andere Zahlen, aber ich habe die 50 Prozent auch gelesen. Ich meine, das wurde dann im Verlauf der Geschichte, im geschichtlichen Verlauf eben leicht nach unten korrigiert. Ich hatte sogar mal 65 Prozent gelesen, zuzüglich 20 Prozent weiterer Währungsreserven für finanzielle Unwägbarkeiten, was auch immer das heißen mag. Und 85 Prozent der Währungsreserven der Länder waren somit nicht bei ihnen, sondern im Ausland. Das heißt, über 85 Prozent der Reserven, der Devisen, konnten die Staaten letztlich einfach nicht verfügen. Und diese unbegrenzte Konvertierbarkeit, von der du gesprochen hast, ist auch ganz interessant, weil als Ausgleich dafür, weil das ja ein besonderer Service ist, wenn man so möchte, Frankreichs, kamen eben Franzosen in die Gremien der Zentralbanken. Und im Jahr 2019 wurde das etwas angepasst, aber nur für die, für den Westafrika, CFA, Franc, da ist es jetzt so, dass es keine Verpflichtung mehr gibt, die Hälfte, da wird jetzt von der Hälfte gesprochen, also vermutlich wurde es eben, wurde es eben korrigiert, auf nur noch 50 Prozent, dass es eben diese Verpflichtung nicht mehr gibt, beim französischen Finanzministerium, diese Reserven zu hinterlegen. und diese Vertreter wurden aus den Gremien zurückgezogen. Allerdings, in Krisensituationen oder bei Bedarf darf Frankreich sagen, so, jetzt ist es soweit, wir sind wieder hier und weiter geht's. Also das sind immer Hintertürchen, zumindest scheint es so. Wir wollen auch nachher noch auf mögliche Vorteile zu sprechen kommen und nicht nur, nicht nur das Negative hervorheben. Aber wenn man das alles so liest, hat es doch ein etwas faden Beigeschmack dahingehend, dass Frankreich sich gewisse Privilegien gesichert hat und nach wie vor nicht so richtig davon Abstand nehmen möchte. Vor allem ja auch, dass sie, dass Frankreich vor allem auch die, das Bargeld und die Münzen herstellt in Frankreich und lässt sich natürlich dafür auch von den afrikanischen Staaten bezahlen. Ja, auch ein paar Milliarden. Genau, was auch immer verrückt ist und wenn man dann ganz in die Zukunft, in die Moderne jetzt springt, 1999 hätte man ja sagen können bei der Einführung des Euros, ja okay, Freunde, es ist jetzt über 40 Jahre her mit den ganzen Kolonien, jetzt reicht's auch, wir nehmen das jetzt mal weg. Und da gab es ehrlich gesagt, und das sind auch wiederum Quellen von der BPP, also von der Bundeszentrale für politische Bildung, wo eben dann wirklich Diskussionen auch mit Deutschland und anderen Euro-Ländern gab, die dann wiederum darüber gesprochen haben, können wir das weiterentwickeln? Wir führen eben nicht und natürlich waren da die afrikanischen Staaten auch nicht dabei, der Diskussion. Auch da wurde wieder über den Kopf hinweg entschieden und Frankreich musste dann aber akzeptieren, dass eben politische und geldpolitische Behörden der EU eben trotzdem noch ein Mitsprachrecht bezüglich des Kontrollrechts erhalten. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Frankreich derzeit den Wechselkurs ändern möchte, dann oder eben die Mitgliedstaaten ändert oder die Garantie dieser Konvertierbarkeit irgendwie ändern möchte, dann muss sie eben mit den Zustimmungen von den anderen europäischen Partnern einholen. Also irgendwie könnte man sagen, selbst Deutschland steckt da einen gewissen Maße mit drin. Es gibt auch die Aussagen, dass die EU oder besser gesagt die Eurozone nicht nur in Europa ist, sondern dass diese 14 afrikanischen Staaten irgendwie indirekt ja auch zur Eurozone zählen könnten, weil ja eben gesagt, dieser feste Wechselkurs und ja diese EU oder die Euro-Mitgliedstaaten ja irgendwie auch noch ein Kontrollrecht drüber haben. Das heißt, wenn man das mal ein bisschen weiter spinnt und vielleicht ein bisschen mehr Fantasie mit reinbaut, könntest du sagen, dass selbst wir in Deutschland, nicht wir Deutschen, aber die Regierung ja da immer noch auch so eine kleine Hand drüber hat, weil es ja doch ein Mitspracherecht hat. Und das finde ich halt auch wahnsinnig, dass es so weit drüber geht und gerade, wie gesagt, 1999 wäre das ja perfekter Zeitpunkt gewesen zu sagen, okay, wir kriegen eh eine neue Währung, dann kriegt ihr jetzt auch ein eigenes Ding und wir lösen uns mal komplett. Aber Frankreich hat darauf bestanden, dass es weitergeht. Und da sieht man ja, dass anscheinend Frankreich diese Kontrolle auf jeden Fall behalten möchte. Ja, ich muss mich kurz korrigieren, es sind nicht ein paar Milliarden gewesen, die Frankreich dafür nimmt, dass die Banknoten in den Umlauf kommen, sondern nur 45 Millionen. Aber es ist trotzdem eine gewaltige Summe. Und es ist eben wichtig, dass man sich Klarheit darüber verschafft oder dass man sich im Klaren darüber ist, dass eben die Entscheidungen der Eurozone eben nicht nur den Euroraum betreffen, sondern wirklich noch 14 weitere Länder, die auf einem ganz anderen Kontinent sind. Und ich könnte es verstehen, wenn es wirtschaftlich zumindest für die gesamte Eurozone sinnvoll wäre, dann kann man ethisch natürlich ein großes Fragezeichen machen oder müsste man trotzdem ein großes Fragezeichen machen. Aber letztlich ist es ja so, dass zumindest ist es der Stand jetzt meiner Recherche ausnahmslos Frankreich profitiert, weil Nutznießer dieser speziellen Handelsverträge ist halt ausschließlich Frankreich und die EU insgesamt zahlt ja dann wieder auch Entwicklungshilfe. Also profitiert ausschließlich Frankreich, so setzt zumindest mein Wissensstand, aber unterstützend wird dann wieder die gesamte Eurozone tätig. Und da verstehe ich nicht wirklich, wie sich die EU darauf einlassen konnte, weil es nicht mal wirtschaftlich sich lohnt. Und der ethische Aspekt, der steht noch mal auf einem ganz anderen Papier. Ja, wollen wir dann einfach mit den Vorteilen mal für Frankreich beginnen, um zu schauen, warum sie das eingeführt haben, oder? Weil das ist ja die Frage, was hat denn Frankreich davon? Ich fange mal mit ein paar an, die ich mir rausgeschrieben hatte. Wir haben es schon genannt eben, dadurch, dass das so gesehen Frankreich und diese CFA-Staaten ja fast das gleiche Geld haben, ist es natürlich ziemlich einfach für Unternehmen Kapital und Einkünfte zu transferieren, weil sie haben ja kein Wechselkursrisiko. Wenn ich jetzt eben ins Ausland, wenn ich im Ausland eben Transaktionen durchführe, zum Beispiel zwischen Euro und Dollar, habe ich ja das Problem, die beiden schwangen ja untereinander auch wieder. Der eine währt ein bisschen auf, der andere ein bisschen ab. Das habe ich ja beim CFA-Frog gar nicht, weil eben der Wechselkurs fix ist. Ist natürlich für ein Unternehmen perfekt. Tutem hat natürlich dann, wie du gerade auch schon gesagt hast, haben die französischen Unternehmen und auch alle anderen ja natürlich einen besseren Zugang zu diesem Absatzmarkt. Afrika ist ja immer noch so, die Zukunft wird sie häufig genannt. Und wie wir gerade auch schon angesprochen hatten, ist eben ein großer Teil, der Importer dieser CFA-Staaten kommt eben aus Frankreich, weil dieser CFA so stark ist. Und andersrum, aber gibt es auch Zahlen, dass eben relativ wenig Exporte aus diesem CFA-Staaten in andere Länder fungieren, weil eben dieser CFA doch noch so stark ist. Und deswegen profitiert dadurch eben wieder Frankreich. Zudem haben französische Banken auch einige Privilegien, wo sie natürlich auch wieder Geld machen, weil die natürlich da drin ja auch involviert sind. Zum Beispiel läuft über diese französischen Banken relativ viel dieser Anleihen und Kreditvergaben für die afrikanischen Länder. Was bedeutet es wiederum? Sie machen natürlich Geld damit. Ist ja auch spannend. Und natürlich, und das ist glaube ich der wichtigste Punkt aus meiner Sicht, Frankreich erhält eben darüber eine indirekte Kontrolle über die Politik und vor allem auch den zukünftigen Kurs dieser afrikanischen Länder. Denn durch diese Währungsmacht können sie ja auch einfach Druck auf die Politiker ausüben. Denn wenn die Politiker wiederum sagen, ich möchte hier raus aus diesem CFA-Ding, dann sagt Frankreich, ja okay, bist du sicher, dass du das machen möchtest? Weil wenn du das machst, wir haben dir schon mal gezeigt, was passiert. Und dadurch können natürlich Frankreich indirekt, also das ist jetzt kein, also es ist jetzt ja natürlich keine aktive Quelle, aber man kann sich ja vorstellen, dass darüber Frankreich natürlich einiges ja indirekt ein bisschen kontrollieren kann. Sie können eben damit relativ wenig Kosten eben Möglichkeiten schaffen, irgendwie in die Richtung zu gehen, die für sie vielleicht die beste ist. Und das ist natürlich, glaube ich, auch da wieder der Punkt der Unabhängigkeit mit drin, dass du eben da als Politiker, der natürlich oben steht, relativ unter Druck geräst, weil vor allem natürlich sagst, ich möchte ja gerne oben dabei bleiben, ich möchte relativ lange dabei bleiben. Und es ist, glaube ich, auch auffällig, dass viele dieser Staaten eine relativ lange Periode der Regierungsvertreter hat, die oben relativ lange dabei sind, weil sie eben dann sagen, okay, ich bleibe bei diesem CFA dabei und dann erhalte ich Unterstützung von Frankreich. Wenn die mich dagegen schießen würde, dann hätte ich vielleicht ein Problem, dass die mich irgendwie über indirekte Wege absetzen. Also das waren für mich jetzt nochmal ein paar Punkte, die natürlich für Frankreich sehr interessant sind. Also was hast du noch zu hinzuzufügen? Für Frankreich habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe noch gelesen, dass 96 Prozent der französischen Unternehmen, die in Afrika tätig sind, den CFA-Frau eben als Geschäftsvorteil anerkennen. Und aus dem, was wir jetzt gesagt haben in der letzten halben Stunde, ist es ja auch irgendwo naheliegend, dass dieser Geschäftsvorteil vorhanden ist. Wenn man sich mögliche Vorteile für die CFA-Zone oder für die CFA-Zonen an sich anschaut, würde ich mal vom kleinen Mann aus anfangen. Im Endeffekt ist da ein Argument, das gebracht wird. Es gibt halt diesen gemeinsamen Wirtschaftsraum. Wie gesagt, muss man trennen zwischen den westafrikanischen und eher den zentralafrikanischen Staaten. Aber da stellt sich mir halt die Frage, wenn diese Regionen miteinander Handel treiben würden, wäre das natürlich relativ einfach, dass man kein Wechselkursrisiko hat, wenn man eben über die Grenze hinweg irgendwie Handel betreibt. Aber das machen die kaum, weil das ja meistens auf einem relativ niedrigen Niveau ist. Also das sind häufig nur Basisgüter, die eben abgebaut werden. Und wenn das eine Land Basisgüter hat und das andere Land die gleichen Basisgüter hat, weiß ich nicht, wie viel wirtschaftliche Aktivität da stattfindet, ist wohl auch nicht so viel. Aber es ist eben ein Argument, dass man sagt, es gibt diesen gemeinsamen Wirtschaftsraum in Afrika und natürlich auch einen einfachen Handel mit der Eurozone. Aber auch bei dem einfachen Handel mit der Eurozone muss man halt sehen, naja, wenn die einheimische Währung, wenn die CFA-Währung so massiv überbewertet ist, bleibt ja nicht mehr viel. Und wenn dann Frankreich sagt, wir machen es trotzdem, wir handeln trotzdem mit euch, ist auch das irgendwo ein bisschen ein Scheinargument. Ein Argument, das ich etwas sehe, ist, dass der CFA-Front ja an den mittlerweile Euro gekoppelt ist und damit zumindest die Stabilität des Euros auch auf diesen CFA-Front niederschlägt. Auf der anderen Seite ist die Währung halt sehr stark, aber da kommen wir bei den Nachteilen noch dazu. Und als Vorteil für die etwas Bessergestellten in den Ländern der CFA-Zone ist es eben so, dass der Wechselkurs der Weststaaten nenne ich sie mal in etwa 20 Prozent überbewertet ist und der Wechselkurs der Zentralstaaten sogar um etwa 30 Prozent überbewertet ist und das heißt wiederum, die Wohlhabenden können natürlich verhältnismäßig günstig im Ausland einkaufen und diese wohlhabende Anteile der Bevölkerung belaufen sich auf in etwa 20 Prozent. Das heißt, ein Fünftel der CFA-Staaten profitiert eben davon, dahingehend, dass sie im Ausland sehr günstig einkaufen können, aber naja, der Rest der Bevölkerung profitiert eben nicht davon, mit Ausnahme der drei Punkte, die ich gerade genannt habe, gemeinsamer Wirtschaftsraum, einfacher Handel mit der Eurozone und relative Stabilität der Währung. Also ich würde mal sagen, wenn du diese Punkte, dieses Pro und Contra der Bevölkerung in den afrikanischen Staaten jetzt vorlegen würdest, wenn sie jetzt noch die Wahl hätten zwischen beiden Sachen, wenn man das frisch einführen würde, ich glaube, die Argumente dafür, dass du sagst, oh, das möchten wir gerne haben, sind sehr, sehr dürftig. Also ich glaube, das ist schon sehr krass in die Richtung für Frankreich. Man erkennt relativ schnell, dass es eben viel um Kontrolle geht, viel um Geld für die Unternehmen, aber auf der anderen Seite ist und wirklich ist, dass man sagt, man möchte die Wirtschaft in den afrikanischen Staaten, die eben den CFA haben, stärken möchte, dass ein Aufschwung kommt. Ich glaube, das erkennt man relativ schnell, dass es da nicht wirklich dabei ist. Und das ist natürlich schade, weil du ja so gesehen irgendwie so ein, auch da wieder scheinheilig Argumente lieferst. Ja, ihr braucht das unbedingt, das tut euch gut, weil wir, also Frankreich entscheidet, dass es diesen Menschen gut tut, wenn sie den CFA haben. Und im Umkehrschluss profitiert aber eigentlich nur Frankreich. Und das ist ja, ja, auch da wieder, kann nur sagen, sprachlos. Also es ist einfach nur verrückt teilweise. Ja, wenn wir uns die Kehrseite der Medaille angucken, im Endeffekt die Kritiken, ist es halt so, wenn wir daran anknüpfen, dass die Währung eben sehr stark ist, wie gesagt, einmal 20 Prozent für die Weststaaten, einmal 30 Prozent für die Zentralstaaten, damit erstickst du halt im Endeffekt deine Wirtschaft. Man kann nicht exportieren oder man kann nur sehr teuer exportieren. Im Umkehrschluss gibt es sehr wenige Abnehmer, außer natürlich Frankreich, aber Frankreich sagt, naja, wir zahlen eben nicht das. Wir zahlen nicht das, was es eigentlich kosten würde, zumindest teilweise. Das ergibt sich aus diesen Handelsverträgen. Da konnten wir jetzt leider die Primärquelle, sprich diese Verträge nicht einsehen. Aber je nach Gut ist es so, dass es manchmal 30 Prozent teurer ist. Also wenn Frankreich exportiert, müssen die Länder teilweise 30 Prozent mehr zahlen als der Vergleichsmarkt, sprich als der Weltmarkt. Und umgekehrt ist es wohl teilweise so, dass Frankreich nur die Hälfte zahlt im Vergleich zu dem eigentlich fairen Preis. Also diese Handelsverträge haben eben massiven Einfluss. Und diese Handelsverträge in Kombination mit der starken Währung, also mit der überproportional starken Währung verglichen mit anderen Ländern in der Region, sorgt eben dafür, dass die CFA-Staaten letztlich fast nur mit Frankreich richtig handeln können. Und es ist eben auch so, dass die Produktion vor Ort verhältnismäßig teuer ist. Also man kann, habe ich ja vorhin schon angesprochen, man kann beobachten, dass man häufig nur das Basisprodukt findet, beispielsweise Baumwolle, aber keine T-Shirt-Produktion, keine Produktion für Kleidung, weil die Kleidung wiederum dann importiert werden kann. Also die Kleidung wird dann wieder importiert, dadurch, dass der Export teuer ist und der Import günstig ist, bedingt es eben, dass du vor Ort wenig Produktion hast und viel Importgüter hast. Und dementsprechend sind da wohl relativ viele Produkte eben aus dem Osten, also östlich von Afrika. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, da sieht man relativ schnell, wie das Ganze sich auf die Wirtschaft auswirkt. Den anderen großen Nachteil haben wir, glaube ich, auch schon angesprochen, dann kann man sich auch relativ schnell zusammenreiben, dass man eben halt diese Abhängigkeit hat von Frankreich, einerseits natürlich als Staat, aber natürlich auch einfach eben durch diese Währungsreserven, wie wir sie angesprochen hatten, das ist für mich immer noch ein ganz, ganz großer Punkt und halt eben diese Abhängigkeit der Abwertung, wie du gesagt hast, du bist einerseits natürlich abhängig von dem fixen Wechselkurs, also wie gesagt, wer sagt denn jetzt nicht, dass Frankreich diesen Wechselkurs zum CFA nicht nochmal ändert, da könntest du abgewertet werden und gleichzeitig hast du ja noch den Faktor, dass der Euro selber ja entweder auch nochmal abwertet durch Inflation, das hast du ja auch noch zusätzlich und der Euro, den musst du ja glaube ich auch angesprochen hattest gerade, der musst du ja auch inzwischen gegen den Euro, äh, nicht gegen den Euro, sondern gegen den US-Dollar rechnen, das heißt, du hast so mehrere Stufen, die sich ja irgendwie gegenseitig tragen dann und das kann dann ziemlich schnell gehen, dass es da halt ein Problem gibt, dass du deine Dinge nicht mehr, ja, deine Erspartes nicht mehr wirklich sichern kannst und du hast auch gar keine andere Möglichkeit, wir haben ja auch in häufigen Folgen schon gesprochen, dass gerade in Ländern, die eben nicht so weit entwickelt sind, es sehr schwer ist, dein Erspartes auch in anderen Währungen oder anderen Rohstoffen oder Anlageklassen, wie jetzt Gold zum Beispiel oder auch vielleicht Bitcoin zu speichern und das andere ist auch, und das finde ich auch ganz spannend, diesen CFA, den kannst du im Ausland eigentlich kaum nutzen, also das heißt, wenn du jetzt als Stahl, als Bürger dieser CFA-Staat ins Ausland fliegst, diesen CFA kannst du eigentlich nirgendwo umtauschen, obwohl er ja eigentlich eins zu eins, nicht eins zu eins, aber fix zum Euro gekoppelt ist und die einzige Konvertierung ist wirklich nur bei der französischen Zentralbank und das ist halt die Frage, das heißt auch, da hast du wieder ein Monopol, dadurch wird alles ein bisschen teurer, du hast nicht diesen klassischen freien Markt und das ist halt schon echt schwierig, wie man da dann wirklich so eine Freiheit generieren kann und Unabhängigkeit, also das waren für mich jetzt noch so ein paar Sachen und das andere ist ja auch die Nachteile vielleicht, also die sozioökonomischen Daten gibt es auch so ein paar Dinge, ich glaube, die müssen wir nicht ganz groß aufmachen, wir können es ja verlinken dann, es gibt immer wiederum die Aussagen eben, dass gerade diese CFA-Länder bei vielen diesen Index, Indizes, zum Beispiel beim UN-Index für menschliche Entwicklung etc., relativ weit hinten gelagert sind, also es ist nicht so, dass jetzt Frankreich sich hinstellen könnte und sagen, hey, ihr habt jetzt den CFA von uns bekommen, deswegen seid ihr in Afrika jetzt relativ weit vorne im Thema Inflation, im Thema Kindersterblichkeit, im Thema Bildung sind diese Länder eher hinten anzutreffen, wobei man da auch da wiederum, das hatten wir kurz vor der Folge auch schon besprochen gehabt, fragen kann, ob das wirklich dann Zusammenhang mit diesem CFA ist oder eben der Wirtschaftlichkeit oder ob das in Afrika sowieso der Durchschnitt ist. Es ist schwierig, aber was man auf jeden Fall sagen kann, es gab durch diesen CFA keinen wirtschaftlichen Aufschwung insgesamt. Es war jetzt nicht so, dass man sagen kann, guck mal, diese 14 Staaten, denen geht es jetzt besonders gut im Gegensatz zu den anderen Staaten, sondern sie sind mindestens im gleichen Durchschnitt, auf dem gleichen Level, wenn nicht sogar teilweise sogar schlechter. Und ich würde es für mich zusammenfassen, das fand ich auch einen schönen Satz, dass eigentlich nur die Eliten von diesem CFA wiederum mehr profitieren. Und da war der schöne Satz, der CFA ist eigentlich nichts anderes als ein Selbstbedienungsladen der Eliten auf beiden Seiten. Für Frankreich natürlich, aber auch für die afrikanischen Staaten, die den CFA haben, wie du angesprochen hast, dass eben nur die Eliten davon profitieren und alle anderen Millionen Menschen, die hinten dran hängen, haben von diesem CFA eigentlich überhaupt nichts, sondern werden sogar eher noch schlechter behandelt dadurch. Ja, also unterm Strich sehe ich da ehrlich gesagt wenig bis gar nichts Positives. Am ehesten noch die vermeintliche Währungsstabilität, die eben geboten wird durch dieses feste Wechselkursverhältnis. Aber an sich für die Breite, für die Masse der Gesellschaft sehe ich da überhaupt nichts Positives. Und dieses beschriebene Missverhältnis von Import und Export bedingt eben ein Außenbilanzdefizit, noch als kleine Ergänzung zu gerade, und sorgt eben dafür, dass die Auslandsschulden ansteigen. Und wenn die Auslandsschulden ansteigen, ist es auch nicht umsonst, da fallen dann Zinsen an. Also nochmal ein Faktor, der eben auf die Wirtschaft drückt und es immer schwerer macht für das Land oder für die Länder in dieser Zone eben wirtschaftlich zu atmen. Und was du gerade gesagt hast, sehe ich auch so, ist es schwierig, einen Vergleich zu ziehen, einen adäquaten Vergleich zu ziehen beziehungsweise einen Vergleich dahingehend zu ziehen, dass man sagen kann, alles, was in diesen Ländern schiefläuft, ist eben auf diesen CFA-Fort zurückzuführen, weil in den anderen Ländern drumherum, die ja letztlich der Vergleichsmaßstab sind, läuft es jetzt nicht deutlich, deutlich besser oder deutlich, deutlich schlechter. Also es ist jetzt nicht erkennbar, dass das irgendeine Form von Effekt hätte. Zumindest keinen positiven. Was ich gefunden habe, was noch relativ, in einer relativ klare Sprache spricht, beispielsweise die Elfenbeinküste, lag das reale Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2019 26,4 Prozent unter dem Höchststand von 1978. Also obwohl wir ein paar Jahre in die Zukunft gegangen sind und obwohl Frankreich ein paar Jahre unterstützt hat, eben 26,4 Prozent darunter. Das gleiche in Niger, da lag das reale Pro-Kopf-BIP 2019 41,7 Prozent unter dem Höchststand von 1965. Und das ist schon krass. Auch hier kann man jetzt natürlich nicht sagen, das liegt zu 100 Prozent an dem CFA-Fort. Aber nach allem, was wir jetzt gesagt haben in der letzten Dreiviertelstunde, ist es halt schon so, meiner, beziehungsweise, ich denke, du gehst mit unserer Meinung nach, dass es den Staaten in der Tendenz eher erschwert wird, als erleichtert wird, Handel zu betreiben mit Staaten, die nicht Frankreich heißen. Genau. Also so würde ich es auch mal zusammenfassen, dass es tendenziell eher mehr Nachteile gibt. Und jetzt können wir auf die letzten 20 Minuten vielleicht noch drauf eingehen, welche Lösungsmöglichkeiten es gibt. Man könnte ja nämlich sagen, wenn jetzt auch alles so schlecht ist, warum gibt es nicht irgendwelche Reformen, dass man sagt, man macht da was Neues draus. Ich fange mal vielleicht an damit. Es gibt schon immer wieder in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer die Möglichkeit und die Ideen, dass man eine Reform dieses CfAs anstößt. Ob das jetzt Einzelstaaten sind oder nicht. Das eine Teil war ja schon mal seit 2019, das war glaube ich von der Elfenbeinküste ausgehend, gab es ja schon mal diese kleinen Reformen mit diesem, dass die Devisen teilweise runtergenommen wurden, dass das Mitspracherecht Frankreichs runtergegangen ist, was du gerade eben erzählt hattest. Aber diese großen Nachteile bleiben ja trotzdem noch. Also es hat sich ja ein bisschen was geändert, aber diese Koppelung und diese Abhängigkeit ist immer noch vorhanden. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, Lösungsmöglichkeiten, die man sich überlegen könnte. Eine wäre natürlich, man, das gab es glaube ich auch schon häufiger, war das, ich glaube der ECO haben sie es mal genannt gehabt. Genau. Das war dann auch so eine Art, also das erste ist zum Beispiel eine Auswahlung dieses CfAs auf andere afrikanische Länder. Man könnte ja noch einen größeren Bereich machen eben und dann zum Beispiel das Ganze an einen Währungskorb koppeln. Also nicht nur an den Euro, man könnte auch den Dollar mit reinnehmen, man könnte den chinesischen Renminbi mit reinnehmen, dass man so ein bisschen diese krasse Abhängigkeit von einer Währung wegnimmt, das wäre eine Möglichkeit. Dann wäre natürlich auch die Frage, und das war auch schon häufig geplant, so eine Art Regionwährung zu machen, die eigenständig ist. Problem ist dabei aber halt, ja, die einzelnen Staaten müssten ja dann irgendwelche Beitrittskriterien erfüllen, die anderen Staaten müssen sich ja auch darauf einigen, dass man jetzt was Eigenes nimmt. Und dann gibt es natürlich wieder andere Staaten, die lieber sagen, nee, weißt du was, wir bleiben bei Frankreich. Das ist halt auch so die Frage. Das andere wäre natürlich, man könnte auch so, ich sage, jeder einzelne Staat nimmt eine eigene Währung. Also, jetzt sagen wir einfach Niger, wie du genannt hattest, gerade eben, Elfenbeinküste etc., die sagen, okay, wir machen jetzt ja eigene Währung auf. Hier ist natürlich die Frage, und das ist vielleicht der einzige große Punkt, wo ich sage, okay, das ist vielleicht auch ein Vorteil, schaffen es diese Staaten, die vielleicht auch schon eine etwas schwächelnde Wirtschaft haben und auch vielleicht nicht die stabilste Regierung haben, eine eigene Währung aufzubauen, weil es ist ja nicht so einfach. Du musst ja auch die Währung dann stabil halten, du musst sie ja irgendwie auch stark halten, weil sie dafür dann nachher auch nicht zu stark abwerten. Und dann ist halt eben die Frage, wie stark wäre diese wirklich am Ende und könnte man mit dieser auch im Ausland handeln? Und ob das dann wieder einen Vor- und Nachteil bringt, ist halt die Frage. Und das andere wäre natürlich Nummer vier, man nimmt eine andere Währung mit dem Euro. Zum Beispiel, man könnte ja auch sagen, man nimmt sofort den ganzen Euro. Anstatt jetzt diesen CFA als Zwischenschritt zu nehmen, wir können ja sagen, nee, wir führen den ganzen Euro ein oder wir nehmen den US-Dollar, wie es in El Salvador ja der Fall ist. Aber auch hier habe ich zwar nicht mehr diese ganz enge Kopplung zu dem Staat, aber ich habe immer noch diese Abhängigkeit. Beispiel El Salvador ist ja trotzdem abhängig davon, wie die Fed zum Beispiel die Zinsen entscheidet oder ob die Fed den US-Dollar, wie die in welche Richtung sie lenkt. Und dadurch erkennen wir auch da, bei allen vier Punkten ist es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oder wo ich persönlich nicht sagen würde, okay, da könnten wir jetzt mit einem Finger schnipsen morgen sagen, cool, Frankreich könnt euren CFA nehmen wieder zurück, wir brauchen ihn nicht mehr, wir brauchen was Neues, weil alle anderen Varianten wären auch nicht gerade ohne großes Risiko mitzugehen, glaube ich. Deshalb ist es gar nicht so einfach, da so eine Lösungsmöglichkeit zu finden, glaube ich mal. Nee, ist definitiv nicht einfach. Im Endeffekt intuitiv würde ich sagen, lass doch die Länder einfach mal machen, wie sie es für gut empfinden, weil die Länder vor Ort kennen eben die Gegebenheiten vor Ort sehr gut. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Vermutlich nicht so hoch, weil wenn die Leute in den Ländern, die eben den Kurs des Landes bestimmen, maßgeblich profitieren von dem CFA-System, werden sie da letztlich keine Reform anstoßen. Und selbst wenn es so wäre, ist es so, wie du gesagt hast, es ist halt nicht ganz einfach, eine Währung zu etablieren, die auf dem internationalen Währungswettbewerb bestehen könnte. Das sieht man ja immer mal wieder an verhältnismäßig schwachen Währungen, dass die Inflation verhältnismäßig hoch ist oder dass die Währungen im Verhältnis zum Dollar, im Verhältnis zum Euro eben massiv abwerten. Das ist dieser einzige Vorteil, den ich eben erkenne an diesem CFA-System, dass das Verhältnis zum Euro eben fixiert ist. Auf der anderen Seite, was nützt diese Fixierung, wenn der Wechselkurs immer noch 20 beziehungsweise 30 Prozent über dem eigentlichen Wechselkurs liegt? Wenn du dann mit Ländern aus beispielsweise Ostafrika Handel treiben möchtest, geht das einfach nicht, weil du immer irgendwie erstmal diese 20 beziehungsweise 30 Prozent Premium musst du erstmal runternehmen und die musst du aus eigener Tasche zahlen, weil deine Währung ist nun mal gebunden an den Euro. Und diese Differenz auszugleichen und trotzdem profitabel Handel zu treiben, ist eben schwer bis unmöglich. Deshalb geht ja auch so viel nach Frankreich. und ja, also unterm Strich ist es einfach schwierig. Ja, es ist einfach schwierig. Ich hätte da jetzt auf Fiat-Ebene auch keine Ad-Hoc-Lösung parat. Hättest du denn eine mit Bitcoin im Parat? Wir machen das so. Wie und ob Bitcoin helfen könnte, ist natürlich eine super spannende Frage. Was klar ist, ist, dass niemand von außen reinreden kann und auch niemand national irgendwie Einfluss nehmen kann. Also du hast halt nicht die Gefahr, dass die, ich nenne es jetzt mal politische Führung oder politische Elite den Kurs oder dir das Ruder für das Land eben in eine Richtung lenkt, wo nur sie profitieren können. Auf der anderen Seite ist es bei Bitcoin natürlich so, dass man diese einheitlich starke Währung für alle Länder hat. Und das würde jetzt den Rahmen dieser Folge sprengen, aber müssen wir auch mal in einer gesonderten Folge darüber sprechen, was denn die Konsequenzen wären, wenn jetzt alle Länder in einem Korb sitzen würden. Weil beispielsweise die CFA Staaten jetzt eben zusammen mit Deutschland als sehr exportstarke Nation in einem Währungsgefüge sitzen. Und man sieht ja schon innerhalb der Eurozone, beispielsweise Italien, beispielsweise Griechenland, die hatten da ja auch dran zu knabbern oder haben sie noch. Und die CFA Staaten sind ja nochmal ein komplett anderes Kaliber, ist ja eine ganz andere Liga wirtschaftlich. Also es ist nicht nicht immer einfach. Auf der anderen Seite muss man halt, um den Gedanken noch kurz zu Ende zu führen, sehen, dass es eben so ist, dass natürlich auch die CFA Staaten, wenn die ganze Welt Bitcoin hätte, einer möglichen Kaufkraftsteigerung eben partizipieren könnten, was jetzt so nicht ohne weiteres der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz weiß ich nicht, ob man jetzt einfach sagen sollte, gib den Menschen dort Bitcoin und alles andere geht von selbst. Ja, also wie du gesagt hast, ich glaube wir beide haben Lust drauf, diese Folge mal zu machen. Wir werden sie auch planen, dass man so sagt, okay, was wäre denn, wenn man so möglich wirklich Bitcoin weltweit einführen würde, weil das würde auch diese Folge komplett sprengen und ich glaube, das ist ein Thema, das gar nicht so häufig betrachtet wird im Bitcoin-Bereich. Deswegen, ich glaube, ihr könnt euch darauf freuen, dass wir diese Folge irgendwie mit einem Gast oder alleine in den nächsten Wochen mal angehen werden. Ja, ich würde vielleicht noch hinzufügen, also wie gesagt, natürlich die Unabhängigkeit ein bisschen, das ist ein ganz großer Punkt, weil da kann niemand mit reinreden und genauso halt eben auf der privaten Ebene wäre das ja natürlich auch der Fall, wobei da brüstest du nicht Bitcoin einführen als wirkliche offizielle Währung, sondern Bitcoin kann ja auch da wiederum für, nehmen wir das Beispiel mit dieser Person 1994, die Geld ansparen wollte für das Studium in den USA zum Beispiel. Mit Bitcoin ist es eben möglich, sich diese Abwertung, diese aktiven Abwertung, ich will jetzt nicht sagen, dass Bitcoin nicht fallen kann, aber diese aktiven, sofortigen Einwirkung von außen, da kannst du natürlich dafür schützen, weil du jetzt eine Möglichkeit hast, dein Guthaben in einem anderen Gut zu speichern, was unabhängig von deinem Staat ist, also ob du jetzt in Afrika nutzt oder in Japan, ist es egal, ich möchte jetzt auch nicht daran ansprechen, ob das jetzt, wie einfach oder schwer es ist, in Afrika jetzt Geld in Bitcoin zu anzulegen, darum geht es gar nicht jetzt und das andere war, was ich auch interessant finde und das ist halt für mich das Fragliche, ob denn Bitcoin denn auch schon bereit wäre für sowas Großes, wenn wirklich so 14 Staaten sagen würden, wir nehmen jetzt Bitcoin auf und eben auch, ob die Menschen bereit dafür wären, weil man müsste ja diese ganze Bildung aufbauen, du müsst den Menschen ja zeigen, was ist denn Bitcoin, wir haben es ja in El Salvador gesehen, es ist so schwierig, den Menschen diesen Mehrwert zu zeigen und vor allem, du müsst halt die Infrastruktur auch schaffen, weil du könntest ja auch sagen, wenn du diese digitale Währung hast, dann müsstest du ja jetzt schon den Menschen vor Ort den Zugang dazu legen, aber den haben viele ja gar nicht, es gibt glaube ich immer noch einen ganz großen Teil, die kein Handy haben, man muss überlegen, diese Staaten sind ja wirklich teilweise südlich, der Sahara, das sind teilweise Staaten, die halt auch, wie wir vor ein paar Wochen oder vor zwei Wochen besprochen hatten, Thema Internetzugang, Internetverbreitung, das müsstest du ja auch mit reinnehmen, also es ist auch hier für alle, die sagen, ja Bitcoin ist die Lösung für alles, also hier würde ich hundertprozentig dagegenhalten und sagen, nein, es ist auch hier nicht die hundertprozentige Lösung, weil hier sind so viele Faktoren dabei, die man beachten werden muss, ob das jetzt eben ist, dieses wirtschaftlichen Bereich, dieses gesellschaftliche oder auch einfach die Verbreitung, ich glaube Bitcoin wäre da eben schwierig und da müsste man wirklich sich stark überlegen, ob das vor allem jetzt schon die Lösung ist, ob es auch zukünftige Lösung ist, weil man sieht ja, wie schwierig es ist, auch für die Staaten, die jetzt schon das Problem zu sagen, ich einigen wir uns jetzt auf die neue Währung, den ECO zum Beispiel, also wenn die sich jetzt schon nicht darauf einigen können, dass sie den vom CFA weggehen, wie schwer wäre es denn zu sagen, okay, komm, wir gehen jetzt alle zusammen zum Bitcoin oder zwei machen das, also ich würde da sagen, das wäre sehr, sehr schwer und das ist da, ich glaube, da gibt es gar keine so einfache Lösung, weil sonst wäre die Lösung wahrscheinlich schon häufiger angesprochen worden und zusätzlich ja noch ist immer noch Frankreich dahinter, die ja immer noch im Hintergrund stehen und sagen, wenn du was machst, dann viel Spaß mit uns so in der Art. Man sieht ja auch anderes Beispiel, aber an den Bricks-Staaten, dass es nicht so einfach ist, sich auf irgendeine Währungsform zu einigen beziehungsweise darauf zu einigen, mit was jetzt diese Währung gedeckt ist, ob das ein Währungskorb ist, ob das ein Rohstoffkorb ist, ob es eine Kombination aus beiden ist, was aber natürlich bei Bitcoin ein großer Vorteil wäre, im Vergleich jetzt zum Status Quo, ist eben, dass dir das Geld nicht abgenommen werden kann, also sowohl auf, aus Sicht eines Bürgers, du hast es ja eingangs gesagt, dieses Beispiel, wo eben in der Landeswährung gespart wurde, aus Sicht eines Bürgers kannst du eben mal abgesehen von der Volatilität, die natürlich nach wie vor da ist und so schnell auch nicht weggehen wird, von diesem temporären Kaufkraftverlust bedingt durch die Volatilität abgesehen, hast du nicht das Risiko, dass irgendeine externe Instanz sagt, so, wir drehen jetzt ein bisschen am Regler und jetzt ist es nicht mehr 1 zu 50, sondern 1 zu 100. Das fällt weg. Für die Länder selbst ist es so, sie können die eigenen Bitcoin-Reserven natürlich selbst vorhalten. Das heißt, niemand kann sie dazu zwingen, dass es im Ausland gelagert wird. Niemand kann dazu gezwungen werden, im Endeffekt, das haben wir vorhin, glaube ich, gar nicht erwähnt, dass die Goldreserven zum Teil auch im Ausland liegen. Also all diese Faktoren sprechen für Bitcoin, aber auf der Negativseite ist es halt so, wie du sagst, wir haben es in El Salvador gesehen, die Bevölkerung abseits der Hauptstadt kann damit im Endeffekt ja gar nichts anfangen. Also klar, es gibt Bitcoin Beach und Co., aber wenn du nicht in diese Hotspots gehst, hat die Bevölkerung einfach noch überhaupt keinen Zugang dazu und dieses Bildungsangebot erst mal aufzubauen und die Leute da noch dazu zu bekommen, das Bildungsangebot zu nutzen, ist nicht einfach. Nee, überhaupt nicht und ja. Also ich glaube, wir können diese Folge fast schon zusammenfassen, wenn du nicht noch weitere Punkte hast. Ja. Also wir haben jetzt auf jeden Fall gesehen, dass dieser CFA wirklich schon seit langer Zeit besteht und das finde ich das Verrückte, dass es eben bis zurück geht nach dem Zweiten Weltkrieg, bis die Kolonien rüber und diese Kontrolle besteht bei Bitcoin, nicht bei Bitcoin, bei Frankreich ja immer noch über diese Staaten, durch diese Währung und da erkennt man eben, dass diese Kontrolle und diese Auswirkungen von den Entscheidungen, die in Frankreich getroffen werden, immer noch einen ganz großen Einfluss haben, eben auf die afrikanischen Staaten und dadurch gibt es häufig das Argument, dass dieser Kolonialismus, hoffe ich richtig ausgesprochen, doch, diesmal war es richtig, dass der eigentlich immer noch besteht, obwohl man eigentlich sagt, das gibt es gar nicht mehr und das finde ich halt so verrückt, dass diese und vor allem, dass es aus meiner Sicht, dass es so selten in den Medien kommt, dass es da keinen größeren Aufschrei gibt, weil immer geht es darum, wir möchten irgendwie, alle müssen inklusiv sein, alle möchten dabei sein, wir möchten keine anderen Staaten ausnehmen, aber wenn man Nachbarland das immer noch macht und zusätzlich ja, wie wir es gerade eben ja auch hatten, dass die Eurozone da irgendwie ja auch noch indirekt mitmacht, weil sie dieses Mitspracherecht noch weitergegeben hat, sie hätten ja auch sagen können, nee, das dürft ihr nicht mehr machen und dafür können wir einfach sagen, Frankreich und vor allem auch diese Elite in Frankreich, also in Frankreich vor allem die Unternehmen und vor allem in den afrikanischen Staaten profitiert halt vor allem die Elite und das ist halt immer die Frage, was dann wirklich am Ende rauskommt und welchen Mehrwert die Bevölkerung in den afrikanischen Staaten erhält und wir haben jetzt, glaube ich, relativ gut aufgemacht, beleuchtet, dass da eigentlich der Mehrwert für den Normalbürger wahrscheinlich ziemlich gering ist, also wie gesagt, wir wohnen in diesen Ländern auch nicht, das ist ja nur eine Betrachtung von außen jetzt, aber wenn man das Ganze mal den Quellen anschaut, ist, glaube ich, die, die Pluspunkte für die Bürger vor Ort oder Bürgerinnen ziemlich gering, also ich finde es ein sehr schweres Thema und ich bin immer noch ein bisschen erfassungslos, dass das so 2024 immer noch vorhanden ist. Ja, im Endeffekt denke ich, ist halt immer die Gefahr da, wenn du eine Form von Einflussnahmemöglichkeit hast, ich will jetzt nicht sagen Überunterordnungsverhältnis, aber was die Währungshoheit angeht, kann man das vermutlich schon so sagen, ist die Gefahr einfach real, dass es von einer Seite ausgenutzt wird. Wenn die eine Seite im Endeffekt diktieren kann, was die andere Seite zu machen hat, ist es immer gefährlich und natürlich kann man schauen, dass das irgendwie ausgeglichen wird oder zumindest der Versuch unternommen wird, diese Missstände auszugleichen in Form von, ja, Entwicklungshilfe, aber wenn es diese Gefahr gar nicht gäbe, dass eine Seite im Endeffekt machen kann, überspitzt gesagt, was sie möchte und die andere Seite das einfach nur hinnehmen muss, und keine andere Möglichkeit hat, sich dem zu entziehen, wäre es natürlich besser. Also der Status Quo ist sicherlich weit weg vom Idealzustand und wenn man sich davon lösen könnte, wäre das definitiv die bessere Alternative. Ich glaube, das ist ein perfektes Abschlusswort. Ich kann euch nur empfehlen, wer das interessiert, es gibt echt tolle Quellen, es gibt einige tolle Videos, auch von Arte, das hat mich auch gewundert, dass die da wirklich das offen bei YouTube eben darstellen. Das werden wir von mir unten verlinken, wenn ihr da ein bisschen weiter reinlesen möchtet. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und wir hoffen, dass euch diese Folge auch gefallen hat, weil wir ein bisschen weg von Bitcoin gegangen sind, aber wir haben jetzt gesehen, welche Macht Geld und Währung eigentlich immer noch hat und du hast es gerade ja schön im letzten Absatz erklärt, diese Kontrolle, die du dadurch bekommst und das ist immer noch verrückt und deshalb finde ich das immer so spannend, mal ein bisschen Bitcoin aus einem anderen Winkel zu betrachten und ansonsten, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn ihr auf YouTube zuschaut, gebt uns gerne mal einen Kommentar, ob ihr gewusst habt, dass es ein CFA auch gibt und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und gerne auch unseren YouTube-Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt und ansonsten freuen wir uns auch im Audio-Format bei Apple Podcasts und Spotify über Einbewertung, das freut uns sehr und hilft uns auch sehr weiter und ansonsten, dann würde ich sagen, wir hören uns dann nächste Woche hoffentlich wieder mit einem etwas erfreulicheren Thema, ich weiß nicht, was nächste Woche kommt, genau und dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich wieder. Ja, ich fand die Arte-Doku auch ganz gut, noch als Ergänzung, ich fand auch den Artikel gut auf der Homepage der Bundeszentrale für politische Bildung und natürlich auch das Kapitel, das ich vorhin angesprochen habe, also monetären Kolonialismus mit Open Source Code bekämpfen aus dem Buch Das trönerische Pferd der Freiheit von Alex Glätzin. Die Artikel sind auch bei Aprikomedia abrufbar, werden wir auch verlinken, also diese drei Quellen fand ich sehr gut, für die, die sich dafür mehr interessieren, werden wir es entsprechend verlinken und ansonsten auch von meiner Seite, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.